Hallo, lieben Trailsüchtigen! Nach längerer Buchstabepause melde ich mich zurück mit einem neuen Video für euch. Einen Technik-Quick-Tipp zum Thema effektive Turns. Ich kämpfe ein bisschen mit der Technik. Ich habe schon ein komplettes Video aufgenommen. Mein Handy hat sich dazwischen ausgeschalten. Jetzt fange ich noch mal von vorne an. Effektive Turns ist ein super wichtiges Thema für mich als Hundeführer, damit ich mich sicher darauf verlassen kann, dass mein Hund auch dreht und sich auf die frischeste Spur zurückarbeitet. Wenn er zum Beispiel eine ältere Spur checkt von der vermissten oder versteckten Person oder zum Beispiel eine zweite Person frisch über den Trail drüber gelaufen ist, dann gucken unsere Hunde sich das ja gerne an, dürfen sie ja auch, müssen aber dann sich auf die frischeste Spur zurückarbeiten. Und da passieren häufig einige Fehler, zum Beispiel, dass der Hund das gar nicht zeigt, dass er drehen möchte oder er leitet den Turn ein, zieht aber die neue Richtung nicht richtig durch. Der bleibt dann zum Beispiel, er dreht und bleibt dann zum Beispiel in der Kreuzung hängen, schnüffelt, pieselt oder dreht einen Kreis um mich rum oder geht sogar erstmal noch in eine andere Richtung und zieht, dann turn nicht richtig durch. Damit verliere ich natürlich Lesbarkeit und das verunsichert mich als Hundeführer auch, wenn ich nicht weiß, der Hund dreht und ich weiß nicht, ja wo geht es denn jetzt lang. Was du da machen kannst als Hundeführer gibt es einfache Tricks, das zeige ich dir jetzt gleich. Anhand von Video Stills. Ich bring dich mal hier näher hin. Wir starten hier mal mit Bild Nummer 1. Der Trail geht eigentlich hier nach links in diese Richtung. Der Hund checkt hier eine Spurdifferenzierung, nimmt Tempo raus, kommt hoch. In dem Moment ist es ganz, ganz wichtig, dass ich als Hundeführer gerade stehen bleibe. Ich bleibe stehen und schließe die Hand, mache die zu einer Faust, also nicht hart werden, aber einfach zu machen. Bleibe gerade stehen und dann kommt der nächste Schritt. Der Hund dreht in dem Fall rechts ein, möchte in diese Richtung zurück und ich drehe mich mit meinem Hund mit. Das heißt, stellt euch vor, dass aus eurem Bauchnabel, aus deinem Bauchnabel kommt so ein Laserstrahl und der zeigt immer auf die Körpermitte des Hundes. Du drehst dich mit deinem Hund mit. Der Bauchnabelstrahl zeigt zum Hund. Richtig hierbei, weiche nicht nach hinten aus. Mach nicht quasi Platz für deinen Hund, sondern bleib gerade stehen, denn wenn du nach hinten ausweichst, ziehst du den Hund automatisch in diese Richtung rüber. Dann wird der hier eindrehen und zum Beispiel an dieser Ecke hängen und schnüffeln. Bleib also neutral stehen, dreh dich mit deinem Bauchnabel zum Hund mit. Schritt Nummer drei, warte ab. Hier zeigt der Hund schon schön, in welche Richtung er möchte. Warte ab, bis er deutlich über diese Achse hier bei dir vorbei, drüber getreten ist, übertreten hat diese Achse und schließe dann erst zu deinem Hund auf. Wenn du hier zum Beispiel zu früh schon aufschließen möchtest, läufst du hier in Richtung des Hundes in den Hund rein und schiebst ihn auf diese Seite rüber mit deiner Körpersprache. Dann wird er hier entweder hier abbiegen oder hier schnüffeln und überlegen und hängen, weil du ihn gestört hast in der Arbeit. Also bleib stehen, dreh dich mit, warte bis der Hund hier deutlich an dir vorbei ist, schließ dann in die neue Richtung auf und jetzt kommt der nächste ganz, ganz wichtige Schritt. In dem Moment hier, zweifel nichts an. Richte dich auf, mach dich gerade, gib ihm Leine raus. Das ist quasi wieder eine Kreuzungsarbeit, eine normale. Lass Energie nach vorne zum Hund fließen, atme aus in diese Kreuzung, nachdem er gedreht hat. Das ist quasi die zweite Hälfte des Turns. Atme deutlich aus, gib ihm Leine und geh dann zügig mit Energie nach vorne mit. Dann wird dein Hund freudig die neue Richtung auch durchziehen. Wenn du das nicht machst, wenn du hier anzweifelst, Luft anhältst oder den Blick nach unten senkst, statisch bist von deiner ganzen Körperfrache, dann bleibt er hier hängen, dreht einen Kreis, schnüffelt, pieselt oder so. Also wichtig, hier gerade stehen bleiben, Hand schließen, Hund dreht, dreh dich mit, Bauchnabel zum Hund, warte hier die Achse ab, bis der Hund diese übertreten hat, schließe auf, mach dich groß, lass Energie nach vorne fließen, atme in die Kreuzung aus, gib ihm Leine und geh mit. Dann wird der Hund freudig und selbstbewusst sagen, ja, hier geht's lang. Wenn du das Ganze noch dynamischer haben möchtest oder einen peppigen Hund hast, kannst du auch bei dem Drehen, wenn er die Achse übertritt, schon in die neue Richtung gucken, in die dein Hund auch guckt. Mit der Blickrichtung quasi, das machen wir beim Reiten auch, also gerade beim Westernreiten, mein Pferd geht immer in die Richtung, in die ich gucke. Damit kannst du das nochmal unterstützen. Also, probier das aus im Training. Du kannst mir gerne Kommentare hinterlassen unter dem Video, schreiben, wie es dir ergangen ist im Training. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Viel Spaß. Ciao.